und damit ein herzliches willkommen zurück auf youtube und auf dem kanal von adi gaming heute wollen wir mal eine runde dead by daylight spielen und das mit meinem clan und einen freund den wir bei dead by daylight kennengelernt haben ja mal schauen ob wir das hinbekommen ich bin mal gespannt ich habe schon seit monaten kein dead by daylight mehr gespielt ich weiß gar nicht mehr wann ich das erste video hochgeladen habe so wir müssen nur noch alle bereit rücken dann können wir auch schon starten und sind mal gespannt welche map und welchen killer uns erwartet es gibt ja jetzt mehrere ab dass ihr seht ich bin schon christlich und level 38 oder 38 39 ist ja egal ich habe schon auf jeden fall spielerfahrung weil ich jetzt auch schon offline sehr sehr viel gezockt habe mit meinem klar natürlich so wir müssen ja jetzt jetzt genau perfekt so jetzt nur noch alle bereit rücken und der kinder natürlich auch und dann kann es losgehen meinen klaren hört ihr leider nicht aber das macht den ex ich kommentiere ihr schaut zu ich habe neumond punkt geholt damit wir etwas nebel haben und vielleicht auch rauskommen und die ganzen generatoren machen können ohne irgendwelche probleme ich hoffe der sound ist gut und meine stimme auch ich habe mir jetzt ein headset von 85 euro gekauft und hoffe dass diesmal der sound besser ist ich hatte ja bis jetzt immer dieses standard headset von der ps4 und damit konnte man nicht sehr sehr gut aufnehmen deshalb habe ich mir gedacht kaufe ich mir doch mal ein headset ein richtiges headset wo ich auch mal richtige videos machen kann und auch aufnehmen kann so es ladet die ladezeit ist zwar meistens ist sie lang meistens bewegt sich der balken überhaupt nicht und das dauert zwei drei minuten aber das macht ja nichts wir haben zeit und können uns hier wo diese sachen durchlesen wer das möchte kann sich natürlich die sachen durchlesen wer nicht dann nicht so wird geladen so bett vorschule spring wird ich spiele die mac thomas ein sanikasten habe ich natürlich auch dabei um mich zu heilen falls nötig und das ist auch die neue map mit dem update von freddy glaube ich freddy oder die anderen ich weiß jetzt nicht welche anderen und der keller ist schon übelst in der nähe und er ist hinter uns verdammte scheiße so jetzt wenn wir aber mal schnell weg ich will nicht der erste sei vor drauf geht und da ist der erste die erste der erste nach unten wir versuchen natürlich auch so gut wie jeden zu retten wenn es geht wenn es nicht geht leider nicht aber ich bin so einer der rettet auch jeden auch wenn zählt wenn ich jetzt mit anderen leuten spiele nicht nur mit meinem plan sondern auch mit zu ändern da so stehe natürlich immer zu retten so der effekt das sieht nicht gut aus der ist ja direkt vor mir verdammte scheiße ich verstecke mich mal schnell hier so rettung ist auch so der keller ist zwar da auch nein wieso kann der mich nicht treffen sie hat doch schon mal und noch mal schnell und jetzt lauf das tat weh meine schöne frisur okay ich schlafe mal hier hinterher um sie zu heilen und mich natürlich auch jetzt habe ich sie verloren naja direkt in die arme vom keller verdammte scheiße das gibt es doch nicht so was tut er der lässt mich liegen okay ich erhole mich ich habe unbeugsamt drin wenn ich mich erholen kann ich auch direkt wieder aufstehen verdammt sie muss aber heute leiden okay schnell hoch und sie retten wird das was nein das wird nichts verdammt aus dem fenster ob wir das schaffen das ist die frage so ich muss mich erst mal heilen nur wo der keller ist in der nähe das merkt man am herzschlag soll jetzt nicht mehr machen wir mal ein generator aber erstmal heilen verdammt und die habe ich doch schon die ganze zeit gerettet nein schade aber naja nicht jeder kommt durch ich hab's versucht zweimal ich mach mal den generator hoffe dass ich meine er hat den fluch drin verdammt das ist schlecht egal ich versuche es trotzdem weiter auch wenn er den fluch drin hat das wird schwierig auf dieser map das wird verdammt schwierig weil die auch nicht so groß ist als die anderen denke ich mir jetzt mal also ich habe hier auch schon als killer gespielt als geist oder als doktor und ich habe auf dieser map habe ich wirklich probleme vielleicht weil ich sie nicht so gut kenne weil ich sie nicht so oft gespielt habe vielleicht ändert sich das mal schauen ob ich auch mit meinem clan als killer spiele und wir jagen unsere freunde oder in der öffentlichen lobby das muss ich mir noch überlegen aber jetzt spielen wir erstmal gegen den killer öffentlich mit meinen freunden versuchen wir mal hier diesen generator hoffentlich ohne probleme er hat immer noch den fluch drin aber das juckt mich nicht und der nächste hängt verdammt ok ich mache den generator am besten und ich weiß nicht ob ich es schaffe ihn zu retten weil der generator ist noch ziemlich am anfang aber ich versuche es nach harte zeit verdammt verdammt ja ok dieses geräusch bedeutet dass der fluch nicht mehr da ist ich halte mal schnell und dann mein kollege am haken ok schneller perfekt so der generator kann warten wir müssen unseren kollege retten der muss nämlich schon kämpfen sehe ich gerade auch schnell in den keller schnell in den keller wir retten die nein oder auch nicht ich erhole mich aber es bringt glaube ich nichts weil ich das schon einmal aktiviert habe mit dem perk dauer geht drauf verdammt es klappt halt nicht immer das war's verdammt ich verstecke mich kann ich irgendwas machen nein auf dem boden kann ich nichts machen das einzige was ich machen kann ist jetzt mich verstecken und hoffen dass der killer mich nicht sieht aber ich denke mal der ist nicht so blöde und der durchsucht den ganze raum bestimmt aber raus zu kriegen bringt ja auch nichts weil wir noch vier generatoren machen müssen und jetzt kommt er auch noch vielleicht hätte ich doch ausschließen sollen und mich irgendwo verstecken sollen und da kommt er auch schon verdammt er lasst mich los ich wickel 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 ah verdammt okay ich befreie mich vier prozent habe ich ja fluchtversuch und noch einmal jetzt macht's gut wir sehen uns im nächsten leben verdammt nein ich hasse diesen typen scheiß fallen stelle ohne witz was ist mit dem jetzt los warum dreht er sich lasst er mich jetzt frei oder was ich befreie mich schnell was ich auch nicht verstehen tue warum die killer schneller sind und warum die so überpower sind das fallen stelle zwar nicht aber freddy und die ganzen neuen charaktere dazu gekommen sind jetzt als die sie sind alle so überpower wollen der mit der kettensäge der ist so schnell der macht einmal mit der kettensäge von hinten braucht er dich einmal zu attackieren und du bist auf dem boden ich verstehe es einfach nicht jetzt hat er mich schon wieder habe ich dich einen süßen arsch aber das bringt mir nichts wohin will er mich jetzt bringen ich rügel kommen rügel rügel warum geht das nicht wie will das gerade nicht jetzt geht's ich glaube der will dass ich den generator machen will er jetzt punkte farben oder was das habe ich noch nie gemacht das wäre das erste mal dass ich punkte jetzt fahren ok ich mache mal den generator der scheint ja nett zu sein der wird punkte farben oder wie soll ich das sehen er ist ja gut der typ der richten nicht auf was ist damit er los egal er will ihn jetzt kaputt machen und ich muss den wieder reparieren ok dann tanzen wir doch mal nach seiner pfeife vielleicht habe ich ja glück und er lässt mich sogar noch entkommen was ich ja nicht glaube dann tanzen wir mal nach seiner pfeife und meine freunde gucken zu das ist ja wirklich toll das wird nicht reichen schade naja vielleicht bekommen wir es ja hin und er lässt uns kommen das ist das erste mal dass mir sowas passiert die meisten killer die töten einfach nur und machen so etwas nicht ich folge ihm jetzt mal der scheint ja dass der will dass ich die generatoren mache also tun wir das sonst killt er uns wahrscheinlich ich mach den kaputt ich repariere ihn wieder ich bin der elektriker und ich habe hunger was bekomme ich zum essen und zum nachtisch ist das die freiheit lässt er mich gehen meine güte ach verdammt kann doch nicht sein ja hopp kommt z z ziemlich zügig ich will futtern gehen ich weiß ja nicht wie ihr es sieht ob ihr das begutteilt oder nicht mit den punkten farben ich habe es wie gesagt noch nie gemacht aber ich denke mal einmal ist okay zweimal vielleicht auch beim dritten mal dann weiß ich auch nicht weiter wenn man das offline mit den freunden spielt geht es nicht haben die auch richtig gemacht ansonsten könnte man offline immer die punkte farben und sich hochleveln und das würde ich auch nicht richtig heißen für richtig heißen oder halten wie auch immer so fast geschafft nur noch zwei generatoren den haben wir fast gemacht und da bin ich mal gespannt ob er uns loslässt und durch die luke oder durch das tor gehen lässt oder auch bei uns jetzt bin ich wirklich mal gespannt ob es auch nette killer gibt was mit dem denn los soll ich mich verstecken naja verstecke ich mich mal ah nein er hat mich töte mich nicht wickel 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 ich habe mich befreit ich hau jetzt ab ok doch nicht dann folge ich dir mal wieder als arbeiter natürlich ich arbeite jetzt für den keller hahaha als zeitarbeiter natürlich praktikum beim keller ich bin jetzt ein komplizier von dem hahaha der letzte generator ich könnte durch die luke abziehen oder durch das tor natürlich wenn ich die luke binden würde vielleicht weiß aber auch wo er ist und er will glaube ich nicht mehr am generator weil der schon voll ist und ich bin leer weil mein magen knurrt und die mag die sieht das genauso die blutet hier schon alles voll und meine freunde die gucke mir immer noch zu naja sind aber auch gute freunde die helfen mir bei jedem spiel und vor allem bei gta mit meinem clan wir sind eine richtig gute einheit so das hast du davon dann krabbel ich mal darüber ach da ist die luke soll ich jetzt abziehen oder nimmt er mich raus also ich mache es doch mal gut dankeschön für die punkte adios entkommen und das geht bestimmt richtig gute punkte 29.000 59.000 what the fuck ja weil ich alles voll habe nice aber meine items habe ich verloren warum muss das sein so ich erster mit 29.829 punkten ok dem gebe ich mal einen daumen nach oben weil der so nett zu mir war und den anderen natürlich auch weil die von meinem clan sind und mir auch immer richtig gut helfen auch wenn ich mal am haken hänge oder etc daumen nach oben daumen nach oben heißt immer was gutes und die leute und die leute wünschen sich bestimmt auch wenn sie mal mit mir das spiel mit mir das spiel vielleicht zusammenspielen so daumen nach oben das war's so und ich würde sagen ich verabschiede mich für diese folge ich hoffe euch hat das gefallen auch wenn das nicht so ganz geklappt hat mit meinen freunden am haken aber naja wir sehen uns im nächsten video macht's gut bis die tschau tschau tschau